Moin Moin! Willkommen zurück zur weiteren Runde von Kakarot. Wir sind wieder zurück auf Namek. Und jetzt geht es an das Ginyu Kommando. Viele Möglichkeiten haben wir nicht. Boah, Level ab, nehme ich mit. Da sind sie alle fünf. Ich habe schon ein paar Dragon Balls zusammengesammelt. Die haben alle? Auf geht's gegen Kuldo. Das geht Kuldo auf die Fresse. Voller Power! Ich habe mich geschockt. Das Green machen, machen fertig! Ho, 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 ho! Ich habe noch einen Kuldo, Puppe! super mazenko oh nein los gelin das schütze mich so eine attacke dass ich mich verknocken kann das kann ja auch nicht ins banken bringen mehr auch nicht hallo der schock mich für sonst wo klar natürlich Oh, please! Boah! Kcerin! Du bist dran! Super Masenko! Los, Krelin! Die Fresse! Oh, ist ja nervig! Krelin, beschütz mich! Ich bin wieder geschockt! Krelin, mach fertig! Boah! Das hat mich erwischt! Hallo, wie viele noch? Was sollt? Das ist Krelin! Sonnertacke! In die Fresse! Ah! Nicht schon wieder! Auf nicht zu schocken, du Arschloch! Los, Krelin! Den machen wir fertig! Tag Team! Selbst nach der Tag Team Attacke lebt er immer noch! Tja! Oh, nein! Noch 62! Schleifen! Ausgelöscht! Nerviges Kackvieh! jetzt bin ich vegeta gegen rikum hallo der hat sich einfach vor mich gequält wo war's das geht da gibt ihr auf die fresse voller bauer ich kann nicht rein wenn er das mag hallo was ist da ich habe hier extra aufgeladen und dann kann ich nichts machen der haut ebay ist fein der antritt ist einfach weg aber ja hier kann man glaube ich auch nur blocken der lässt aber auch nicht kommst du nichts hier los klin die fresse das kann ich auch oh kack ab kack ab Der hat es mir ganz schön gegeben, man. Der war zwar nicht so nervig wie Kulto, als so schnell und tot, aber... Jetzt hat er nur diese Midi-Haare. Der kommt doch. Da ist er. So ein Goku mehr Energie. Oh, ich kann jetzt Genki-Dama? Die können wir ja gleich mal an dem da ausprobieren. Hoho! Kamehameha! Ich habe das Gefühl mit so einem Goku bin ich wendiger als mit dem anderen. Ja klar, das ist auch stärker. Ja, das mache ich noch gar nicht. Ja. 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 wieder aufladen kajub machen wir nicht die werden wir vielleicht noch für andere Leute brauchen hier kann ich aber ausweichen jetzt kommt das von oben nicht besser als mit Vegeta auf jeden Fall und dabei kämpfe ich hier alleine mit so ein Goku und habe keinen Krediten mit nebenbei die kommen auf die Fresse ok den Einschalt hätte ich nicht machen sollen auf die Fresse nein keine Laserkarten die kommt auf die Fresse doch die den Kick oh ne der Auszeit weg das war schon nicht nicht einfach aber jetzt kommen nur noch fette Fights es ist endlich Zeit für euch meine beste Zeit Rekum Otra fighting jetzt wer guckt das Ich muss alleine kämpfen, habe tatsächlich gar nicht mehr so viel Leben. Ja, mal gucken. Sind auf jeden Fall beide auch wieder nervig. Hegidama! Hegidama! Oh, das ist ein guter Ploch. Oh, das ist ein guter Ploch. Ich brauche Energie! Lass mich doch aufladen! Keiner! Abgewehrt! Oh, das ist ein guter Ploch. Ich kann's wenigstens gut blocken. Ich muss mich mal aufladen, du Blöderpenner! Hegidama! 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 Wow! Oh, wow! Ich sparte einfach siegen, dann kann ich mich auch mal ein bisschen verteidigen. was ist aus ja aber nur ein zweck ich habe den seine fette kugel mit einer kleinen kugel zerstört doch die fresse jetzt gibt es auch die fresse die damer den sack dafür alleine kann ich etwas besser besiegen ich glaube ich mache noch mal so viel leben habe ich doch nicht mehr übrig sicher ist sicher kaioken machen wir jetzt nicht das kann ich auch in advance das muss wehtun aus nächster nähe oh das war ein fetter konter direkt in den arsch schweinerei muss ich alleine gegen die baston musklin wo ist kredit wenn man den brau auf die fresse scheiß das ist eigentlich nicht so stark aber der nervt ist dass ich die 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 Da mal! Uh, da hab ich aber gut abgewehrt. Auflad! kann ja wo das unterbrochen noch mal unterbricht es die ganze zeit der player das kann ich so nicht zulassen auflad wird diese kacke geflogen der gitana erinnert dies komplett an ist das abgekackt ja jetzt kann ich stehen ja verknoppen keine chance also was vermöbelt ich könnte dagegen so gut was ausrichten ich glaube neben cool du bist ja der schwächste ja ja Genki-Dama! 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 Das war's. Gegen das gesamte Ginyu-Kommando gekämpft. Alle fertig gemacht. Das soll's für heute gewesen sein. Schaut doch gerne bei den anderen Kakarot-Videos vorbei. Lasst ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Kakarot. Das war's für heute. Bis dahin, einen spannenden Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!